Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag bei MyTimeRaportia. Wir wachen auf in unserem neuen schönen Haus und rennen direkt raus, den Dreck müssen wir uns nicht länger anschauen. Ja, euch kommt es wahrscheinlich so vor, als gab es nie eine Pause bei MyTimeRaportia. Ich hatte eine Pause von einem Monat, also zwei Wochen mindestens, zwei bis drei. Und ja, ich hatte durch Weihnachten echt viel Stress und in der Arbeit sehr viel Stress und dann hatte ich am Wochenende keinen Bock aufzunehmen, sondern einfach für mich zu spielen. Und deswegen gab es halt nicht dauerhaft das Let's Play. Aber jetzt geht es weiter. Ich hoffe auch, dass ich die Sprint-Taste verwenden kann, weil ich mir meinen kleinen Finger eingequetscht habe in einer Schranktür. Ich habe davon ja ein Bild auf Instagram gepostet, also in die Story damals gestellt. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe Milch getrunken und irgendwie ging dann die Tür sehr stark zu. Das war's. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Hallo, Aki. Oh, es regnet. Leila, ich habe eine Menge Arbeit geleistet. Schau sie dir an. Okay. Hallo. Ich lerne von Petra mehr und mehr über die Welt. Ich kann nicht glauben, wie viel sie verändert hat. Seit ich hier bin, habe ich auch noch richtigen Anschluss gefunden. Es ist so anders. Hallo, Aki. Du kriegst ja jetzt einen Motor. Habe ich einen Motor? Ja, ich habe einen Motor für dich. Okay, es regnet. Das haben wir auch sehr selten bisher gehabt. Ja, hier ganz viel Stuff hat er eingesammelt. Okay, in drei Tagen gibt es Ergebnisse. Ist geil. Wir müssen am Brückenturm an einen Stahlträger. Okay, wie bin ich da jetzt gerade drüber gestiegen? Oh mein Gott, das ist fertig. Wir müssen unbedingt neue Holzkohle. Aufladen tut er, glaube ich, noch nicht, weil wir dafür die nötigen Disken noch nicht gefunden haben. Müssten unbedingt dann die Zweiermine und diese ganzen Scheiß-Discs suchen. Weil die zu finden ist halt auch so ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, also My Time at Party habe ich ja vor, voll durchzuziehen. Und dass da halt jetzt wirklich jeden Tag eine Folge kommt. Deswegen ist es jetzt das erste Tram bei meinem Aufnahme Marathon und Weihnachten. Ich habe vor, jetzt eigentlich den ganzen Tag aufzunehmen. Aber ich kann immer nur 15 Folgen gleichzeitig auf YouTube hochladen. Also mache ich dann immer eine kleine Pause, in der ich dann esse oder so. Ich bin ja sehr verfressen, wisst ihr ja alle. So, wir brauchen Browserrohre. Die sollten wir haben. Die hat ja der Ack uns in die Kiste gelegt. Das ist sehr praktisch von Acki. Okay, wir sollten diese ganze Scheiße auch demnächst mal ausräumen. Das werde ich dann wahrscheinlich zwischen den Folgen tun. Kannst du bitte einfach diese Browserrohre da platzieren? Okay, und jetzt brauchen wir nur noch den Brückenturm. Also nur noch ist gut gesagt. Wir brauchen den fucking Brückenturm. Ich finde aber, also ich habe ja dieses Spiel jetzt auch auf meine andere Grafikkarte gelegt. Ich finde, es läuft schon flüssiger. Es läuft nicht perfekt, aber es läuft auf jeden Fall flüssiger. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das so Brückenturm. Ja, ich habe keine anderen Wünsche außer einem Brückenturm zu bauen. Was brauche ich dafür als für eine scheiße erhärtete Lehmziehen, Stahlblatt und zwei gestärktes Glas. Was habe ich davon? Das müsste normales Glas sein. Ja, irgendwo hier sind Stahlblatt, aber da brauche ich, glaube ich, noch ein paar. Zehn brauche ich da, glaube ich. Dann erhärteten Lehm sehe ich ja auch nirgends. Und dann brauche ich noch gestärktes Glas. Ich glaube, das muss ich herstellen, das gestärkte Glas. Kannst du das herstellen? Ja, du kannst das herstellen. Achso, nein, ich habe zwei. Ich habe irgendwo zwei gestärktes Glas. Okay, suchen wir das mal ganz kurz. Mir ist gerade nur übelst warm. Ich habe heute einen dicken Pulli angezogen, weil ich mir dachte, der ist voll cute und der passt voll zu Weihnachten. Ziehe ich den an und ich spitze gerade zu Tode. Das war nicht so ganz verdacht von mir. Das ist erhärteter Lehm, ja. Ja, diesen Scheiß habe ich doch auch gesehen. Ja, ich suche jetzt eigentlich nur den anderen Müll, das gestärkte Glas irgendwo. Das war auch erhärteter Lehm. Gut, den können wir dann auch schon mal benutzen. Suche mir nur noch das gestärkte Glas. Ah, hier ist das gestärkte Glas. Perfekt. Gestärktes Glas. Ich weiß nicht, für was das gestärkte Glas sein soll, aber okay. Und dann brauche ich noch die Stahlplatten. Sind die im Working-Prozess? Drei Stück, sechs Stunden. Reichen die? Zehn brauche ich. Drei habe ich. Also muss noch einen in Auftrag geben. Bitte macht noch eine Stahlplatte. Fertigen. Eins. Also heute Abend können wir die Scheißaufgabe dann auch endlich abgeben. Dann schauen wir mal kurz auf die Map, ob wir da irgendwas erkennen können. Ja, lauf Kuckuck, wir müssen wieder mit Kuckuckasse gehen. Darauf freue ich mich da schon mit einem fetten Schwein, Gasti, zu gehen. Okay, hier ist ein Soldat mit Axt fertig. Den können wir dann gleich im Museum vorbeibringen. Aber da wird er noch mehr fertig. Und zwar der Soldat mit Klinge. Den nehmen wir dann auch gleich später mit. Aber jetzt holen wir uns das erste Mal einen Auftrag. Heute ist Donnerstag, also es ist in Ordnung. Und gehen mit Kuckuckasse, würde ich mal beschließen. Dann später machen wir einen Ausflug zum Museum. Und wir sollten heute auch die Teile zurückbringen für... Okay, die haben alle diese lustigen Regenschirme. Alter, Higgins, verpiss dich. Higgins ist so der Mensch, den man nicht leiden muss. Ja. Es sollte auch demnächst wieder irgendein Festival sein. Weil dieses Spiel, es zieht sich so sehr. Wir haben gerade den 18. Sommer. Okay, also B wäre natürlich Alpaka-Harr. Fick dich! Asteriotopf kann ich auch nicht machen. Holzbretter, die kann ich machen. Was hast du? Faserstoff. Okay, den hat er jetzt genommen. Aber Alpaka-Harr, das krieg ich doch nicht hin. Dann nehmen wir den hier mit den Holzbrettern. Ich denke, wir sollten sogar noch irgendwo Holzbretter haben. Wenn nicht, ähm, die kann man ja sehr leicht fertigen. Aber ja, dann holen wir uns das erste Mal kurz die Holzbretter. Oder geben die schnell in die Fertigung. Ich find's sehr schön, dass Acker unsere Scheiße ausräumt. Das ist so angenehm. Nicht mehr alles einsammeln aus jeder einzelnen Maschine. Einfach nur vorne an die Boxen gehen und so. Hey, hier hast du 200.000 Items. Viel Spaß. Boah, ich muss mir echt jetzt, wenn ich da die Folge beende, was anderes anziehen. Ich schwitze gerade und das ist echt unangenehm. Ich fühle mich gerade so, wie dieses Wasser, was da runterfließt vom Himmel. Ich glaub aber auch, dass die Heizung neben mir auf Volltouren läuft. Könnte eventuell so sein. Ähm, was wollte ich suchen genau? Ich wollte schauen, ob ich denn noch Holzbretter habe oder ob ich welche fertigen muss. Okay, ich hab vier Zahn und ich brauch fünf. Das heißt, ich sollte sie finden. Okay, Holzbretter. Keine Holzbretter. Da könnten wir mal unseren ganzen Stein in die einen Kiste ablegen. Hier, das Baumharz. Wird doch alles weniger. Sehen wir hier irgendwo scheiß Holzbretter? Das ist normales Holz. Das sind Verbundholzbretter? Die brauch ich ja nicht. Ich brauch normale Holzbretter. Nein. Da. Fünf brauch ich. Okay, ich nehm alle. Ich hab vergessen, wie man das mit den Sortieren nochmal macht. Ups. Ab zum Mars. Auf, auf. Und dann führen wir ein fettes Schweingassi einfach nur, um Geld zu kriegen. Ähm, puh. Ich wollte hier jetzt nicht. Heli? Ne, Mars. Achso, die Kirchenleute können nicht im... Die müssen sich hier unterstellen. Weil die Kirchenleute aus Zucker sind. Interessant. Schönes Mistwetter. Ich renn' hier als einzige, glaub ich, ohne Schirm und so rum. Ne, was wollte ich? Ich wollte zu den anderen. Da ist der. Warum ist Gast hier hinten? Oh, er ist mit Chincha unterwegs. Er weicht ja eh nie von der Seite. Hallo. Cool. Bye. Hallo. Ja, klar, das klingt leicht. Hallo, Kuku. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. 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 Wo brauche ich diesen komischen Apfel? Ich brauche... Ich muss doch den Apfel jetzt in die Hand nehmen, damit mir dieses Schwein hinterherläuft. Kommst du? Kuku. Kommst du? Ja, du hoppest mir hinterher. Schau mal, da ist schon das erste Ziel. Kui, kui. Kui, kui mir mal hinterher. Ey, ja, dann würde ich mich mal an dieser Stelle von euch verabschieden und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es weitergeht bei MyTimerPortia, bis dahin, tschüss.